hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin auf die jagd nach dem ticket und hab das spiel vikings ich werde es mal starten voll mit rein und dann warten wir noch eine sekunde zwei sekunden drei sekunden vier sekunden fünf sekunden ein bisschen mehr da sind wir stehen für 21 euro annehmen beginnen verbessern kostenlos verbessern und das nicht kostenlos ok da ist eine truhe was ist da drinnen steine ja die tägliche quest das Oh, okay. Nice, nice, nice. Das ist ja auch schon ewig her, wo ich das Spiel gespielt habe. Das ist ja auch schon. 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 Das war's für heute. Ich kann nichts machen. Was ist das hier? Erfolgreich, erfolgreich. Okay, es war aber erfolgreich. Habe ich da irgendwie was gekriegt? Das, das und das. Und hier habe ich nur einmal die drei Minuten bekommen. Kriege ich das Schwein heute noch mal trott? Und der Helm ist fertig. 60. Jetzt gehe ich einmal kurz in der Basis. In der Stadt rein. Und... Ich dachte, man zieht den Helm dann hier und so. Aber auch nicht. Schade. Naja, braucht man ja nicht. Okay. Kann ich nichts machen? Eine Waffe. Fertigen wir dies. Okay, ich denke mal, ich greife nochmal Schwein an. Kann ich auch nicht. Was mache ich jetzt so? Ich muss warten. Dann sage ich mal, das war's für heute. Oder? Ich kann irgendwie nichts machen. Da ist es am Bauen. Na ja, egal. Gut. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ein sehr kurzes Video. Kurzes Video, weiß ich nicht. Aber... Naja. Egal. Danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.